Hallo! Das hier ist seine Karte! Ja! Jaaaaaaahhhhh! Jaaaaaaaaaah!!! Da denkt man man hat einmal ein paar Tage frei von den Pauls. Hallo! Oh 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 oh! Ich bin in München und wir gehen heute ans Mark Forsterkonzert! Jaaaaaah! Oh 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 oh! Ich habe kein Plan was passiert. Dieser Mann hat gesagt ob ich mitkommen will. Geh mit, mal gucken was passiert. Ich habe keinen Bock mehr zu vloggen. Was genau ist das? Ein sogenannter Gluck-Gluck. Möchtest du wissen, warum das Ding Gluck-Gluck heißt? Ich will unbedingt wissen. Okay, warte kurz. Oh nee. Oh nee. Dieses Ding heißt Gluck-Gluck, weil... Das geht aber nur, wenn es ganz voll ist. Irgendwann geht es nicht. Kannst du es nochmal aufbilden? Kommt euch jetzt Gluck-Gluck mit Mic-Codes. Yo, yo, yo. Backstage oder was? Vier Minuten später und wir sind einfach in der Bühne drin. Ich weiß nicht, wo wir hier reingeraten sind. What the fuck? Ich muss euch sagen, ihr dürft euch nicht tangieren, aber ihr dürft ja aus diesem Raum erstmal nicht raus. Augen auf, ich habe hier Unmengen von Umbauten. Flammen, wir haben Feuerwerk, wir haben allen möglichen Scheiß. Würde ich mir das hier kurz noch unterschreiben, dass ich euch das alles mitgeteilt habe. Jawoll. Wir wollten eigentlich nur hier hingehen und das Konzert gucken. Dann sind wir vorher irgendwie im Backstage von Mark Forster gespawnt. Weil der Dude, der uns abgeholt hat, hat gesagt, ja, ich buche mich jetzt da hin. Dann gehen wir da rein und wir zwei so... Hoin! Was geht? Und dann Paul direkt so... Ja, Kaiserslauten, ich bin heute ja. Dass dein Verein heute spielt und du musst Konzert machen, ist ja verrückt. Und jetzt chillen wir während dem Konzert auf der Bühne in so einem Raum. Also, wir sind auf der Bühne in so einem kleinen Raum und essen dann so bayerisches Essen. Wir sind wirklich mitten auf der Bühne. Mitten auf der Bühne. Mit Daniel Abt zusammen. Und essen bayerisches Essen. Brezeln und Bier. Kida Gottes 1! Yeah, FC Basel! Hey, guten Appetit, Digga, ne? Cheers! Ich bin hier am Brezel essen und dann das hier. Das ist so, das ist so krass. Lalalala! 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 Ja, das ist aber ein Krokodil! Oh, hier ist ein Krokodil! Hallo! Bleib! Oha! Ach, wie geil! Das hier ist geil! Oh, wie sieht man jetzt! Wie trates healthy. Voll ahlig da. Guck mal. Ich komm wieder rein. In welchem Stapel ist die Karte? In dem von mir aus... Okay. In welchem Stapel ist die jetzt? Die Magie. Das hier ist deine Karte. Ja! Bist du eine Zauberin? Bitte Mottoblege einmal. Komm jetzt. Anstrengen, anstrengen, komm. Die Rolle ist fertig, ja? Warte mal. Ich check's nicht. Warte mal. Nee, ich will nicht. In diesem Sinne, vielen Dank an Mark Forster für die Einladung. Es war ultra krass auf dieser Backstage, Onstage zu chillen. Sehr, sehr coole Erfahrung gewesen. Vielen Dank für die Einladung. Sehr geiles Konzert. Allgemein coole Erfahrung gewesen, das mal zu sehen. Lasst ein Like da. Abonniert den Kanal. Schreibt einen Kommentar. Blablabla. Alles zusammen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Willst du dich nicht bei mir bedanken? Danke, Paul, für die Einladung. Gerne, Mann. Tschüss. Tschüss. Der Psyche, Delic, Rausch. Macht dich besser, aber schicker. Was? Danke. Warte mal. Worum geht's eigentlich? Ähm. Song zusammen, dachte ich. Schon irgendein Song hier. Song vielleicht. Mit euch? Ja. Auf gar keinen Fall. Nicht gar nicht. Okay. Tschau, Jungs. Tschau, Jungs.